Moin, Moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, ich war gerade spontan auf dem Weihnachtsmarkt bei Jenny Weber. Dankeschön für die Einladung. Ich bin mein Freund Kölvis Pommes Mayo. Für mich eine normale Pommes mit Mayo. Deswegen wird in einer der beiden Ecken Werbung stehen. Schaut mal wirklich bei Jenny Weber vorbei. Schöner, kleiner Weihnachtsmarkt. Nennt sich die Weihnachtspyramide. Ich bin jetzt quasi auf dem Weg zum Ansaring. Hab gedacht, lauf jetzt hier nochmal ganz entspannt hinter mir. Am Hauptbahnhof ist ein bisschen Stimmung. Ihr hört es vielleicht auch. Ich bin jetzt gerade auch für Marriott Hotel. Müssen wir eben links und rechts gucken. Sehr schön. Ja, hier ist Richtung Stimmung. Ich hab gedacht, ich nehme euch einfach mal mit. Kannst aber nichts machen. Ist mal so. Hier ist das Marriott in Köln. Sehr schönes Hotel, wie ich finde. War ich zwar noch nicht drin, aber gut. Ah, hier ist richtig die Stimmung. Ja, ich trete meine Kamera jetzt auch nicht. Weil. So. So. Schauen wir mal. Hm. So. Hier wird es dann doch ein bisschen ruhiger. da ist frei sehr schön so jetzt kann ich hier auf der straße laufen muss sagen köln ist international auch immer spannend hier wird auch ein bisschen dunkler aber gut so sieht es nämlich aus die kölner haben immer gute laune so sieht es nämlich aus danke noch mal jenny für die pommes ich sage tschau mit vor robin euer robin tv sagt tschüss ja